Ein magischer Ort, die Arktis. Der Mensch versucht seit Jahrzehnten sie zu erobern. Und es wird leichter. Das Eis, es schmilzt immer schneller durch den Klimawandel. Der Kampf um die Ressourcen hat begonnen. Das ist wirklich eine der letzten Regionen auf der Welt, die wirklich so unberührt ist und wo wirklich der Mensch bislang nur wenig Spuren hinterlassen hat. Und das ist einfach was, was sehr schützenswert ist. Sie sind längst zum Symbol geworden. Für dramatische Veränderungen im einst ewigen Eis. Und das ist ein bisschen Schütze und ein bisschen Schütze. Das ist ein bisschen Schütze. Und das ist einfach so schütze. Vielen Dank.